Servus, Freunde des Bresdner Sportclub. Tja, Samstag ist es soweit, das Pokal-Highlight in Leipzig findet statt, 13 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark. Für uns Spieler, Betreuer, Trainer, Funktionsteam ist es natürlich immer eine große Sache, in einem schönen Stadion vor vielen Zuschauern zu spielen. Ohne euch wären wir sicherlich nicht so weit gekommen. Und ja, dementsprechend heißt es jetzt, seid dabei, unterstützt uns, genießt es selbst, für euch auch die gute Stimmung und wir laden euch herzlich nochmal im Namen der ersten Mannschaft vom DSC ein, dabei zu sein. Es gibt Tickets an der Tageskasse, über 100 Tickets wurden schon an Gästefans verkauft im Vorverkauf, also die Hütte wird voll, wir freuen uns riesig drauf. Lasst uns gemeinsam einfach einen tollen Tag erleben, ich kann euch eins versprechen, wir werden als Truppe absolut kämpfen, damit es ein erfolgreicher Tag für den Dresdner Sportclub wird und freuen uns natürlich riesig über euren Support. Und dann lasst uns Samstag da einiges rausholen. Wir freuen uns, bis bald, liebe Grüße!